Und der Mannschwert sieht irgendwie geil aus. Ich will auch mal ein Schaf für dich zum töten. Also eins habe ich schon, eine Wolle. Da ist eine Schneelandschaft, da können Hunde sein. Hier machen wir mal die Karappen hier mit. Oh ja, du brauchst alles auf was geht. Und das Wied. Ich finde kein zweites verdammtes Schaf mehr. Wir brauchen auch drei, ne? Ich brauche noch zwei. Ja, lass uns einfach reingehen in ein Haus. Dann möglichst eins mit Tür. Ich gucke mir noch die Bücher aus. Ja. Du weißt schon, wenn die Zombies dann kommt, ne? Hm? Wenn die Zombies dann kommt. Ja, ich sag mal, 42 Bücher. Ja. Was machen wir jetzt? Auf den Tisch tanzen? Yeah! Alles klar. Ne, weiß ich nicht. Wir können das auch runter bauen oder so. Dann komm ich ja nicht drauf auf den Tisch. Ich könnte schlafen, Du kannst nicht schlafen. Auf dem Tisch tanzen! Lallallallallallaa. So. Erstmal das Essen. Da musste ich auch mal ein bisschen betätigen. Ich kann mir auch nicht die ganze Haube machen. Warum machst du noch die Tinte bei mir im Moment? Das waren die Dorfbewohner überhaupt noch herüber, aber das sind die alle tot. Ich glaube, sie sind zu großen Teilen gestorben, weil sie aus ihren Häusern raus sind, weil ich... Weil ich wollten die dich retten. Ich hab die Tür offen genommen. Oh Mann, ey. Kannst du auch nicht bringen, die armen Dorfbewohner, mit denen hätten wir handeln können. Ja, weißt du, was dem All mir geboten hat? Das ist mal reaktiv für 5 Glasblöcke. Solchen Leuten will ich gar nicht handeln. Wo dealten der sonst denn dann Bahnhof? Was für ein schönes Nachtpannung. Ne, ist nicht ein zu tief. Das ist mal ein rundes Türp malen. Alles klar. Holst du uns auf 11 runter? Jo. Ich glaube ich schnell, wenn du gerade runter gehst. Okay. Setz nochmal ein paar Facken hinter mir her. Oder auf dem Weg, wo ich gerade bin. Ich guck mir grad so schön hier das Fenster an. Niemand interessiert das Fenster. Mach mal ein bisschen Action, Alter. Jawoll! Wir sind gleich noch auf Position 47. Also, ne. Kann sich noch etwas ziehen. Wahrscheinlich ist das schon Tag. Tag. Ja, Tag ist so in 4 Minuten. Schneller, schneller, schneller. Okay, okay. Du hast nicht ein zu weit runter gebaut. Halt, Stopp. Warte. Mach grad nur. Bau dich mal einen wieder hoch. Ja. So? Ja. Eisen. Oh Gott. Joa. Ich möchte einen Ofen bauen. Ich habe noch recht viel Fleisch zum... Ja, kannst du mal... Aber die haben ja auch... Die haben da ja auch so ein Teil stehen, ne. Also so eine Crafting Box. Und ich habe hier Fleisch für den... Hast du Kohle? Schweinfleisch. Hast du Kohle? Nee. Ich habe auch noch nicht mal Holz. Ich habe Holz. Ich glaube oben noch Kohle. Hast du auch noch? Alter Junge. Geh mal her. Das war echt alles, ne? Ja. Alles mitgegrappt, was nur ging. Ja, ich habe Hühner getötet. Nein, hier ist Kohle. Ist gut. Und Eisen. Und der Mann. Nein, Scherz. Das wäre jetzt nicht geil gewesen. Lalalalala. Ich habe Durst. So. Wir sind jetzt auf Position 30. Ja, geht doch schnell. Boah, Level 31. Cool doch. Coole Sache. Boah, hoffentlich werde ich auch noch Level 30. Was entscheidest du als erstes? Dein Schwert? Ich glaube mein Diamantschwert, ja. Kann da eigentlich beim Diamantschwert ähnlich wie bei der Diamantschwert so was ähnliches wie Unbreaking bekommen, also weißt du? Das weiß ich überhaupt nicht, ob das geht. Da kenne ich mich nicht gut genug, glaube ich, für aus. Ich weiß gar nicht, was da alles möglich ist. Alles ist möglich. Weil du weißt ja, dass es länger hält. Ja, Position 20. Lapis. Aber... Hui, da war Lava. Ja, du darfst dich auch bewegen. Du kannst auch runterkommen. Die Zuschauer wollen doch nicht die ganze Zeit schauen, dass die Leute dein Bild sehen und nicht meinen. Ja, ich weiß. Das ist ja egal. So, okay. Ich könnte mich jetzt auch hinter die Stelle und zugucken, wie du dich durch die Lava buddelst. Du kannst auch neben hier weitergraben. Immer noch Lava. Oh, da kannst du runter. Schon links neben dir zu machen. Warum? Ich wollte das so aufmachen, finde ich. Da kann die Zuschauer auch was zum Lachen. Ach so. Willst du da reinspringen? Ja. Okay, warte, ich komm runter. Ich wollte nur warten, bis hier die 8 Fleisch durch sind, damit ich die Hähnchen noch reinschmeißen kann und dann noch das Eisen. Warte, jetzt sind wir gleich bei... H15. Ich glaube zwischen 11 und 15. Oder 11 und 13. Du kannst dich irgendwie nach rechts oder links bauen. Oh mein Gott, Wasser. Wie kann denn da Wasser sein? Brauchen wir einfach zu und gehen nach rechts. Ich kann mich auch hochfahren, vielleicht ist da irgendwas besonderes. Oh mein Gott, noch mehr Wasser. Ja, noch mehr Wasser. Na, was soll ich meinen? Sowas wie eine Höhle. Vielleicht kriegst du da irgendwie Diamanten? Ich chillt irgendwo ein Zombie. Der geht mir gerade auf den Sack. Ey du Arschloch, wo bist du? Oh, da ist ein Creeper vor der Tür. Ich muss grad du sagen, ey. Ich muss grad du sagen, ey. Warten würdest du nie PK fahren. Nur bei Rage. Alle Games sind Rage-Games. Hm? Alle Games sind Rage-Games. Ja. Na ja, hier ist auf jeden Fall nichts. Man kann gar nicht durch das Wasser gucken. Ach, hier ist toll. Genau, jetzt haut man nach Tür. Verpiss dich, du Lutscher. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Spaten, ey. Erstmal eine Fackel hinter die Tür stellen. Ja. Einfach so. Ich dachte, das hätte irgendwie keinen Sinn. Nichts hat wirklich Sinn. Nichts? Nö. Aber du bist ja zu philosophisch. Ja, das war gar nicht philosophisch. Du bist einfach nur zu inkompetent zum Bauern, fällt mir gerade auf. Aber das ist ja nichts Neues. Das wissen ja glaube ich alle. Deswegen brauch ich ja auch nichts. So, und jetzt hab ich noch Eisen reingehauen. Noch ein Zombie. Wolltest du mir nicht einen Eimer mitbring? Ach stimmt, den hab ich vergessen. Ja siehste, den hätt ich jetzt gerade gebrauchen können. Warum? Ob ich das Wasser daraus stecken kann. Na dann... Am Arsch, ey. Es tut uns gleich Tag. Es tut gerade Tag. Guck mal wieder hoch. Also geh mal rein. Ja. Der ist ja noch nicht so richtig Tag. Ja bist du wieder hier bis jetzt Tag. Ein bisschen Gold. Guck mal den Rest des Grundes hier an. Warum sink ich denn nicht eines Wasser? Was ist denn so tief ist? Boah noch einer ey. Was willst du denn? Wie sieht es aus wie ein Dorfbewohner? Haben die dich gebissen die Zombies oder was? Digga was? Guck mal. Hm? Ja. Hast du gesehen wie ich kein Damage bekommen habe? Ich hab schon gewundert. Geh mal rein. Ich hab schon gedacht, wird er jetzt vielleicht von äh... Von Gravel überschüttet? Aber nein, er hat sich nicht rausgewunden. Dann holen wir den Diamanten daraus. Ich werde erstmal alles um ihn herum abbauen. Damit ich weiß, dass er nicht in Lava fällt. Noch einer. Zwei Diamanten. Wo die noch welche sind? Ich werde alles da drum abchecken. Drei Diamanten. Vier. Nice. Vier Diamanten. Sehr gut. Ich werde auch da drunter erstmal alles wegbauen. Wenn da drunter Lava ist, würde ich mir nämlich ziemlich in den Arsch reißen. Du hast gerade schon alles da drunter gehört. Fünf Diamanten. Ja, siehste. Sehr gut, Adrian. Bin stolz auf dich. Ja, ich auch. Du hast endlich mal etwas hingekriegt. Ja, siehste. Das war doch der Plan. Diamanten, oder nicht? Na sicher. So, jetzt komm. Ich baue uns glaube ich mal eine Kiste. Dann kannst du nämlich die Diamanten da reinpacken. Müssen wir die nicht mit in die Festung nehmen. Das wäre echt ziemlich bitter, wenn die weg wäre. Ja, das wäre echt ziemlich bitter. So, das Eisen kann da auch rein. Der Ofen kann da auch rein. Das kann da auch rein. Brauchen wir jetzt eigentlich zwei Craftungen. Ich habe eine Crafting Box mitgenommen und mir eine Crafting Box gemacht. Hä, ne, war doch... War da nicht einer? Ach ja, stimmt. Die war einer. Ja, ja, richtig. Kohle. Nehmen wir mal mit. Komm, ist doch unten hier bleiben. Hat sich doch gelohnt. Vor allem nochmal auf den Meeresgrund zu gucken. Ja, war echt gut. Bin sehr stolz auf dich, Adrien. Kann ich mir überhaupt raus? Ab da. Rechts glaube ich, oder? War da? Guck mal. Guck mal. Hier? Nein. Du hast ja echt so eine Orientierung, ne? Nicht vorhanden. Bist du nicht irgendwo hochgeschwommen? Von da, oder? Bist du von da gekommen? Ne. Da auch nicht. Dann gehen wir mal rüber auf die andere Seite und gucken wir da rechts. Oh ja. Adrien muss gerade erst mal gucken, wo er dort herkommt. Er ist ein bisschen orientierungsloser Vollmongo. Guck mal, wie lange das jetzt schon hält. Ich hab gemeint und allen Scheiß gemacht. Und ich hab Steak gegessen. Und du hast ja gesehen, wie lange das bei den Cookies gehalten hat. Ja, ja. Ich glaube, da gibt's schon einen Unterschied. Durchaus möglich. So, hier steht übrigens die Kiste, ne? Direkt neben der Craftingbox. Alter, da ist ein Stein über dir, du Affe. Sag mal. Denke ich auch nur so, ne? Third-Party-Face-Born. Eigentlich muss man immer solche Treppchen mitnehmen. Ja. Da ist eigentlich ein bisschen zack, da immer hochzuspringen. Und das zieht auch nur kaum Leben aus. So, fünf Diamanten kommen da rein. Fünf? Hammer, nice. Dann kannst du da auch den Restlichen Scheiß reinwerfen, den du nicht brauchst. Alles, was wertvoll ist. Das Essen würde ich vielleicht mitnehmen, dieses Hähnchen. Ja klar, aber kein... Ach, das ist gekocht. Ich glaub, das wär wohl. Nee. Das ist gekocht. Oh, ich guck mir grad die Decke an. Oh, ist die schön. So, auf geht's. Oh mein Gott. Auf geht's. Seh die Kiste. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Hier lang, oder? Oh mein, ich muss erst mal was essen, deswegen. Oh mein Gott. Alter, Gott sei Dank hab ich mich gerade umgedreht. Oh. Um zu gucken, wo du bist. Wo drüben bin ich? Hey, mein Diamant-Shit ist noch unbenutzt. Dabei hab ich das schon benutzt. Hier war die doch irgendwo, oder? Die Festung. Da ist er. Hey. Auf geht's. Und ich hab irgendwo ein Zombie schon hier. Ja, da drunter vermute ich. Außerdem ist es immer noch ein Tempel und keine Festung. Get used to it. Halt die Fresse, Momo. Es könnte natürlich auch eine Festung sein. Das wäre ein bisschen müde. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich damit nicht aus. Oh, da hast du ins Gebet. Soll ich mal abschießen? Oder machst du das? Okay, wir müssen auch trotzdem da. Was ist das? Ja. Vor allem können auch welche von oben kommen. Wollen wir erstmal hochgehen? Liebend gerne Creeper drin. Warte, ich baue hier einmal so zu. Dass keiner mehr durchkommt. Also hier oben wissen nicht. Da oben müssen wir auch nicht. Aber auf jeden Fall ausfackeln, ne? Ey, weißt du was? Hier ist Mostdown. Das ist voll gut. Ja, wir wollten daraus ja sowieso die Bude bauen. Sollen wir das schon mal mitnehmen? Nö, wir holen wir am Ende. Okay, würde ich sagen. Also erstmal wieder runter. Ja. Hier erstmal über die Fackeln setzen. Wenn wir leckts gerade über den. Bei mir auch. Ich schätze mal hier runter sind jede Menge Mobs. Da ist ein Schalter. Soll ich den betätigen? Kannst du machen. Aber dann besser wieder schnell weglegen. Ne, ich baue mal um den Schalter rum. Kannst du mal gucken, ob dahinter irgendwo ein Redstone-Signal ist oder so. Oh ja. Pistensignal. Oh, da ist ne Kiste. Zwei Diamanten. Jawoll. Sehr gut, Adrian. Schau mal geil. Und was macht das Pistensignal? Wollen wir es lieber ausprobieren, wenn wir alles in Sicherheit gebracht haben? Warte, ich kann mal gucken. Digga. Das macht glaube ich gar nichts. Ja, Sishi. Ich hätte da passiert irgendwas. Ne, ne, ernsthaft. Okay, ich gehe raus, du drückst. Okay. Signal 1 betätig. Nichts passiert. War mal lahm. So, ich weiß, was passiert? Wenn ich den zweiten mit tätige. Hältst du noch ein? Das sind drei. Boah. Du kennunkinett. Das ist besser ausprobieren.